Ich erwarte da persönlich, dass Sony einen auf Nintendo machen wird und da wirklich ein Exempel am Leaker statuieren wird, damit bloß niemand jemals mehr als auch nur einen Pixel aus Sony-exklusiven Games leaken wird. Und das war's schon für diesen Dienstag. Mein Name ist Daniel Mulitz und wir hören uns wieder morgen bei DoubleJump, deinem werktäglichen Gaming-News-Podcast. Habe die Ehre! Halt, 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 HALT! Die gestrige Episode ist noch nicht vorbei, NEIN! Denn das Drama um die massiven The Last of Us 2 Leaks ist echt noch immer nicht vorbei, NEIN! Nämlich, ganz nach Shakespeare hat das Ganze jetzt noch seinen echten dramatischen Höhepunkt erreicht. Dazu muss ich mit euch jetzt zuerst aber einen kleinen Zeitsprung machen, in die Episode vom 6. April als Sony angekündigt hat, dass man wegen dem Coronavirus The Last of Us 2 auf unbestimmte Zeit verschieben wird. Wo in der aktuellen Weltlage und angesichts des Release der Playstation 5 eigentlich eh zu erwarten war, dass das Game frühestens als Playstation 5 Release Titel erscheinen wird. Aber ja, wenn du neugierig bist, was die Verschiebung auf unbestimmte Zeit bei einem hunderte Millionen Euro werten Game wie The Last of Us 2 für die Gamesbranche bedeutet, dann kann ich dir nur empfehlen die Episode anzuhören. Jedenfalls, bis gestern war auch noch davon auszugehen, dass es so sein wird, weil der Schaden vom Coronavirus in der Weltwirtschaft, der ist da und das langsame Hochfahren der Wirtschaft macht den bestehenden Schaden und die kommende Situation auch nicht mehr besser, aber das führt uns jetzt zum Ende der gestrigen Episode, dass Gameplay, Zwischensequenzen und generelle Story Leaks zu The Last of Us 2 ja im Umlauf sind. Denn Sony hat dann vorgestern am späten Abend unserer Zeit, jetzt wo dank den Leaks jeder in Minuten herausfinden kann, was in dem Game passiert und teilweise stundenlangem Gameplay zuschauen kann, dann doch die Notbremse in dieser Verschiebung gezogen, weil das Game erscheint jetzt doch schon bald, sehr bald. Nämlich der Last of Us 2 wird dann am 19. Juni schon bei uns erscheinen. Damit ist es ungefähr ein Monat, dass sich das Game im Endeffekt verschiebt. Offiziell hat Playstation-Chef Herman Hulst es damit begründet, dass die globalen Lieferketten sich schon wieder so weit gebessert haben, dass ein Release im Juni machbar ist. Aber Sonys Pressemitteilung hat das Statement rausgepfeffert, gerade mal wenige Stunden, nachdem die Leaks öffentlich erst so richtig wahrgenommen wurden. Während es auf der einen Seite großartig ist, dass The Last of Us 2 jetzt doch schon im Juni erscheint und jetzt egal, ob es den Leaks geschuldet ist oder nicht, aber es hat wie jede Entscheidung auch seine negativen Seiten. Denn vergiss nicht, Sucker Punch, Playstation 4 exklusives Game, Ghost of Tsushima, das war ja schon bereits am Weg. Das hätte am 26. Juni weltweit veröffentlicht werden sollen. Das Game, das wurde jetzt auf den 17. Juli verschoben, damit The Last of Us 2 Platz gemacht wird. So sehr ich The Last of Us feier und wahrscheinlich auch The Last of Us 2 noch feiern werde, finde ich es trotzdem sehr schade, dass Ghost of Tsushima verschoben werden muss. Weil Ghost of Tsushima ist für Sony nicht nur eine ganz neue Marke in einem für Sony erstmals japanischen Game-Setting, sondern auch eine ganz neue Art von Game. Sony hat Action-Games im Stil von Ghost of Tsushima bis heute noch nie verlegt. Aber, naja, damit haben die The Last of Us 2 Leaks ja doch noch ein zumindest halbwegs gutes Ende gefunden. Was meinst du dazu? Erzähl mir deine Meinung am besten auf Instagram. Dort findest du DoubleJump unter Alles als ein Wort zusammengeschrieben. Und den Link zur heutigen Story, den habe ich dir wie immer in der Episodenbeschreibung in deinem Podcast-Player oder in den Shownotes auf www.doublejump.at verlinkt. Wenn deine Playstation 4 spielenden Freunde auch wissen sollten, dass The Last of Us 2 am 19. Juni erscheint, dann teil die heutige Folge jetzt mit ihnen. Dazu geh in deine Podcast-App, drück bei der Episode auf den Teilen-Knopf und schick sie über WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram oder Snapchat an diejenigen, die der heutigen Episode zuhören müssen. Und das war's schon für diesen Mittwoch. Mein Name ist Daniel Mulitz und wir hören uns wieder morgen bei DoubleJump, deinem werktäglichen Gaming-News-Podcast. Habe die Ehre! 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 Vielen Dank.